Herzlich willkommen, Fabio Haller, Goli vom ERC Basel. Jetzt das zweite Spiel von der ERC Basel. 5-2 in Dubik-Gurne. Wie befinden Sie Sie? Wieder eine super Teamleistung. Sie haben wieder extrem gut unterstützt. Es ist natürlich schön, wenn man als zweites Spiel noch einmal feiern kann. Das erste Spiel 5-0 gegen Morscht und jetzt 5-2 heute Abend. Als erstes 2 gegen Goal, 10 Goal geschossen. Ist das eine neue ERC Basel? Ich habe ganz ehrlich die anderen Spiele nicht verfolgt. Aber es sieht so aus, ja. Heute Abend starke Leistung, viel Parade. Wie ist das auch davor gelaufen? Wir haben die kleine Leistung nicht mehr, im Gegenteil. Sehr gute Saves gehabt. Wie ist das Spiel aus der inneren Optik heute Abend passiert? Ja, es war zuerst extrem ausgeglichen. Dann haben wir 2-0 Führung gehabt. Dann haben wir den Schwung mitnehmen. Und dann irgendwie nach der zweiten Halbzeit, also extrem schnell, haben wir das Goal bekommen. 2-1. Und dann hat man gemerkt, es hat ein bisschen gekippt. Und ja, schlussendlich müssen wir sagen, ja gut, haben wir 5-2 gewonnen. Das ist ja so. Von daher herzliche Gratulation und alles Gute für den weiteren Verlauf. Merci. Danke auch.